So Leute, ich glaube es fährt heute kein Zug mehr, also ich gehe gleich nach Hause wieder. Ich war leider nur kurz da, weil heute nicht so viel fährt, aber ein Zug, den Talent haben wir ja gefilmt hier rein und ja, tut mir leid. Und mein iPad ist auch fast leer, also hier seht ihr nochmal die Strecke, wenn ihr es interessieren wollt, hier drüben ist eine Brücke. Kann auch sein, dass heute noch ein Zug über die Brücke kommt, bei mir vorbei, kann auch sein. Und hier seht ihr nochmal den ganzen Bahnhof und ciao.